So, los geht´s. Nehmen wir den R8 hier. Das wird wahrscheinlich heute noch eine kurze Folge werden. Bei 6 Kilometern. Na gut, okay. Drei Runden. Hallo Okutama. Heute ist Renn-Tal. Kristen, was mit Bord? Ich glaube das Rennen geht gleich los. Geht wieder weiter so mit der Zeit, mit der zweiten Rallye. So, letzte Runde. Äh, unser Fehler finde ich letzte Zeit. Wir fahren den Audi A8. Jetzt kommt besser. Aber wie ein Auto war war, ich komme nach vorne. Die neue Räufe kommen nach vorne. Die Räufe ist dabei. Die Räufe ist bei der Autoffice. Die Räufe trägt immer wieder bei den Räufe. jetzt ist es hier so ein dreier drückchen so aufpassen das war nicht da und sich die wand trennen das ist hier so eine absolute haschwecke ich mag ihn so wie so ein fluch auf dieser verkehr da sind wir relativ gut vorbeigekommen das ist es halt diese dreier diese dreier alles weg geworfen Ah, das ist eigentlich nicht schön. Oh, da flog gerade irgendwas. Ja, Markus irgendwie nicht. Der will uns dann nicht vorbeilassen. Oh, da flog. Oh, da flog. So, jawohl. Jawohl, die Bestzeit haben wir. Frage ist, ob davor jetzt irgendwo einer rumhängt. Oder ob das die ersten drei waren. Jetzt ist es ja egal, ob ich wegwerfen würde. Ich hoffe, hier sind noch mehr Autos. Das ist ja egal, ob ich wegwerfen würde. Das ist ja egal, ob ich wegwerfen würde. Das ist eine ganze Gruppe davon, ne? Ob das Auto ist oder was oder was. In einer Stadt ist sie gerade quer. Und hier habe ich mir alle vier eine rote Korrekte holt. Und es gibt eine neue Weltseite und das war's. Hui. Unser Auto sieht aber aus. Aber egal. Wir haben es geschafft. Oh, doppelt sich fürs Team. Sehr gut. Hau dich vorne. So. So. Dann machen wir das auch durch. Dann sind wir auch schon wieder durch für heute. So. Und mit der Modified Pro Tour geht's an. Dann geht's morgen weiter. Mohann. Jacques. Christoph. Und.